So und damit hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen GTA Bike Mod und zwar ist es heute die Yamaha R1 Das müsste die 2014er Version sein, bin mir aber da selber nicht so sicher Hier in lila, wir gucken uns hier mal ein bisschen genauer an, da sieht man auf jeden Fall das Yamaha Logo Das R1 Logo ist zwar nicht am besten aufgelöst, ist ein Add-on Aber ist an sich schon ganz geil umgesetzt, die Maschine Ich hab den Mod, muss man sagen, eigentlich schon mal vorgestellt Ja, vor ungefähr einer halben Stunde Deswegen kommt das Video jetzt wahrscheinlich auch später Aber mir ist aufgefallen beim Rendern, dass ich das irgendwie so Dass ich da übersteuert habe ein bisschen Und daher nehme ich das jetzt nochmal alles auf Sodass ich euch das nochmal präsentieren kann, weil es ja wirklich ein Mega, mega geiler Mod ist und das sind doch mal Spiegel Das sind Spiegel, nenne ich, sage ich euch, Alter Die sind hoch aufgelöst Auf jeden Fall ist das Tacho echt mega geil Da sieht man sogar Eule Fuel Keine Ahnung Beam Und Keine Ahnung Und da sieht man MPH noch Sechster Gangsit war gerade im Stehen, richtig Barracuda Griffe Und ich sag mal so Für mich wirkt das alles so Als ob irgendwie das gezeichnet worden ist Anstatt irgendwie so wirklich metallisch zu wirken Sieht so aus, als ob es irgendwie mit Stift gezeichnet wurde und so übernommen wurde dann Gucken wir uns mal kurz Einmal den Motor an Ein bisschen weiter weg Danke So Und zwar ist das alles so Ich sag mal jetzt wirklich nicht das Beste vom Besten Aber Alles so matschig leicht Also muss man sagen Guckt mal Guckt euch alleine diesen Zettel Und dann ist es nicht so geil Aber Ich kann euch eins Gewiss sagen Da kommt noch geiles auf euch zu Das habe ich vorhin gemerkt Das werde ich jetzt auch nochmal merken Das seht ihr auch eigentlich schon im Thumbnail eingeblendet So Ähm Ja Fahren wir erstmal eine Runde oder Und zwar ist die Maschine eigentlich Einer meiner Lieblingsmaschinen Guckt euch alleine die Optik an Das sieht mega mega geil aus Und wir fahren jetzt einfach mal eine kleine Runde Gucken wie die sich so fährt bisher Weil das ist ja schon an sich wirklich geil Das Teil hier Und Das kann man ja auch mal so sagen wie es ist Wirklich hammer geil Perfekt Aua Danke Auto Aua Eigentlich sollte es ja nicht passieren Aber Putz Alter Ich habe mir jetzt ein paar Feinde macht Sieht man ja Aber Egal Die können wir Tschüss Freunde Das wollte ich einfach mal gucken Weil das alle so in einer Gang da gerade waren Mal gucken Waren schön viele auf der Karte So sehen auf jeden Fall Ich muss mal gucken Irgendwie kriegt man das bestimmt Sinn dass die Audioqualität vom Mikrofon Noch ein bisschen besser ist Weil beim letzten mal war die Tastatur echt laut Also beim letzten aufnehmen Ich habe das jetzt mal ein bisschen umgestellt Aua Loll Ich habe die Laterne abgerissen Indem ich dagegen geflogen bin Geil Wer öfter bei mir Ich bin stark So dann fahren wir noch eine kleine Runde Und ich würde dann sagen Dann gucken wir uns hier genau mal an Mit Tuning Und so Weil die ja tunbar ist Habe ich ja noch gar nicht erwähnt Weil das ist ein Tunable Addon Von der Yamaha 1 Und ich muss sagen Das hat weh Das wollte ich sagen natürlich Wir kommen dann gleich mal direkt zum Teil des Tuns Und zwar Vehicle Options Menu Customs Habe ich hier gelernt Ich habe beim anderen mal Rumgefummelt Hier kann man auf jeden Fall Den Kennzeichen halt abmachen Sieht mega fresh aus Wenn das ab ist So weit von fresh Dann den Tuning Frontstoßstangen Da unten Der Kotflügel Ist ja der Kotflügel bei der Maschine Kann man Ein Carbon machen Okay Das letzte Mal sah das nämlich so aus Als ob es abging Aber das war nicht so Back Da kann man unten Wie nennt man das Die Stabilisatoren In Ren Optik machen Die Seitenverkleidung Kann man die Kette in Gold machen Das sieht einfach schon Fehrfälliger aus Das sieht einfach Genial aus Und Das Beste Wirklich das Beste Vom Besten ist Dass man hier Auspuffe hat Mit Marken Mit Marken Das müsste ich euch mal geben Alter Termignoni Akrapovic Und Arrow Wir nehmen jetzt aber den Arrow Obwohl Akrapovic an sich geiler ist Aber Arrow bringt am meisten Leistungen Hier drin Weil es im dritten Eingeordnet ist Daher nehmen wir das Fragestell Das ist auch Ist einfach mega geil Der Mod man Mehr kann ich nicht sagen Man kann hier die Rennoptik ändern Das ist die originale Sag mal jetzt R1M Version Naja Was heißt R1M Naja Das ist einfach die Race Variante Sozusagen Von der R1 Für die Straße Und das ist eine richtige Das ist eine richtige Rennversion davon Alleine weil da die Spiegel fehlen Ähm Die Windschutzteile ist anders Und da ist eine Nummer bei Und ach das sei Die sieht so brutal aus So man Guck mal Wird das Heck auch verändert Ne Das ist doch 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 So wird leicht verändert Ja Ja Das ist so eine richtige Rennmaschine Das Dach Das weiß ich nicht Wofür das da ist Ist auch nicht definiert So Dann pumpen wir die Maschine Direkt mal voll Und wir gucken uns kurz mal Dann gleich den Ausruf an Wie das hoch aufgelöst ist Und so Und dann Oh nein Da wollte ich nicht Ähm Machen wir 10 Hornscheinwerfer Turbo an Extras Was kann ich da Ein extra 10 reinbandern Was Hä Was verändert sich da Der neigt sich mehr Der neigt sich immer mehr Kann das sein Jo Genau Ähm Emblems Lassen wir Pains Kann man ja nie machen oder Können wir das jetzt so machen Ne Das ändert sich nicht Okay Schön Gut Ähm Wir fahren jetzt einfach mal rum Oder warte mal Wir wollten uns ja den Auspuff Mal kurz angucken Wir fahren eine kleine Runde Und Ja Gut Okay Ist null hoch aufgelöst Schade Aber kommen wir nun Zum Teil Äh Des Fahrens Ich war gerade eben bloß verwirrt Weil ich gerade irgendwie Äh Kurz war Weg Wo musste Und deswegen Keiner Cut Reinkam Aber wir fahren jetzt Einfach mal Und Äh Sie sieht so brutal aus Maschine Ey Das ist so geil Sieht so schön aus Das Ding Vor allem weil da Kein Kennzeichnen Daran ist Würde ja die ganze Optik versauen Wenn da kein Zeichnen Daran ist Springen wir mal Gegen den Pfeiler Nieten ihn um Aber so was kriegen wir nicht Die hier unten So wenn du näher ran gehst Wie gesagt Gucken wir mal was sich noch so machen lässt Hier Mal gucken Und lasst uns Fahren wir da hinten hoch Und machen da einen Backflip oder Oder Frontflip Ne Das wird nischt Da macht sich Backflip tausendmal leichter Da brauchst du aber eine Riesenfläche Wenn du einen Frontflip machen willst Oh Gott Oh Gott Das war knapp Guck mal Ne Lol Lol Das wäre der perfekte Grind gewesen Aber das ist festgebackt Mann Och Mann Das wäre zu geil gewesen Aber ne Motorrad möchte backen Ey Kack Yamaha Ich hab mir Versprochen Vorhin die ganze Zeit Mann Ey War jetzt ein Spaß Falls jemand das nicht checkt Guck mal Bei so einem kleinen Ding Kann man nicht locker einen Backflip machen Man kann ja eigentlich sogar Den Backflip noch verschnellern Indem man Jetzt Ach Mann Das war noch nicht groß genug Ich hab immer so ein Glück Das hatte ich auch schon Bei der vorigen Aufnahme Wo ich die hier vorgestellt hab Da bin ich rumgefahren Und überall Wo ich rumgesprungen bin Bin ich irgendwo gegen geklatscht Ne Das war Das ist wieder genau das gleiche Ey Ich hab genau die gleiche Wieso sehe ich nicht Dass da ein Baum ist Vorhin hatte ich die Steine Steine nicht gesehen Jetzt ich die Bäume nicht Aber schön zu wissen Und Jedenfalls Ist es genau die gleiche Folge Also Bloß besser In der Qualität Vom Mikrofon Also passt das doch Ja Das Lied Ich würde auch sagen Kenne ich oder so Aber ich dachte Das ist irgendwie von GTA selber Keine Ahnung Wieso Wie das war das denn Für ein kleiner Tier Da habt ihr sehen Denn nicht Denn ist ja auch nicht so schlimm Aber das war winzig Hui Und hoch hier Backflip Backflip So verschnellern Perfekt Einfach loslassen Wenn er über 180 Grad gedreht ist Und dann Perfekt Ja mal gucken Ich würde sagen Wir fahren Zum Mount Chiliard Oder wir fahren Oder wir fahren Irgendwo den Berg runter Teleportieren uns aber Mit diesem Trainer Hier Denn Hier ist es so Dass Locations Man muss ja hier So bestätigen Ja Go to Landmarks Und zwar Mount Chiliard Dahin will ich Genau Perfekt Weil beim anderen Kannst du bloß Da oben drauf Spauen Und das will ich nicht Komm Alter Kannst du mal bitte weg Gehen Danke Ehre Nicht Und runter Hier Gleiten wir Oder Machen wir ein Gleit Genau Dann machen wir ab sofort Immer mit Motorrad Machen wir ab sofort Mit Motorrad Und aufkommen LOL Holy shit Wie weit fliegt Das Motorrad Bitte Bitte Was WTF Mann Hallo Tschüss Motorrad Ich glaube Wir müssen uns Wirklich Neues bauen Und zwar Ist es halt so Der Hieke Spawner Dass man Hier 1 Gehen muss Und man 2 Und direkt Auf Motorrad Mit der Lilanen R1 Ist immer lila Hätte ja Sein können Dass sie Die lila In dem Fall Bloß war Aber Ne Die ist immer lila Und ich muss hier Natürlich hier Ein Stein mitnehmen Franklin Hör auf Zu rutschen Okay Wir spawnen uns Direkt eine neue Ihr habt mich überzeugt Und stellen uns Nochmal Vor dem Dingens Vor dem Zug Boots Nichts LOL Die sind auch nicht Nur lila Dann hatte ich Pech Bloß Dass sie Immer lila Waren Die Farbe Sieht ja mal Mega geil aus Ja Perfekt Die Farbe Sieht wirklich Geil aus Wir stellen uns Dann mal Voll vorm Zug Letztes Mal Hattet ich das Glück Dass ich Steinerwisch hab Wo ich mich Vorstellen wollte Perfekt Wir fliegen Gleich ab Wahrscheinlich Ne Wow Oder nicht Krass Mann Ich mach nichts Wirklich Ja 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 Bleib da dran Franklin Ja Perfekt Komm schon Geh kaputt Maschine Geh Ach flieg doch mal weg Dann halt nicht Dann springe ich dich Jetzt in der Luft Mann ey Eins Zwei Drei Ich kann ja mal so Grundsätzlich das Fazit Sagen Da war ne Fehlmine Und zwar Ist es halt so Das Motorrad ist Von der Optik her Nicht das Beste Muss man so sagen Wie es ist Aber man kann allgemein Erstmal sagen Das ist wirklich Ein geiles addon Wenn ihr wirklich Auf tuning steht Wenn ihr auf Aussehen Von weiten seht Wenn ihr nicht so Ins detail achtet Dann ist es wirklich Eine mega geile mod Und ich würde sagen Das war es eigentlich Auch schon Also ihr findet Die mod Wieder Die mod Muss ich eigentlich Sagen Ist ja die Modifikation Die modifikation Unten in der Beschreibung Lasst ein like Da falls euch Die r1 Oder mein video Gefällt Je nachdem Warum ihr Ein like Da lasst Ist mir egal Hauptsache like Und wir sehen uns Dann beim nächsten mal Wieder Bis dann Tschüss Wieso fliegt die nicht Tschüss Die andere ist geflogen Mann Jetzt spawnen wir halt Noch mal ein ey Dann halt noch nicht Tschüss ey Nicht wie hier gewerbt Sind Wie hier Spawner Ähm Inputmörder Jeder Nein R1 Danke So Denn Wir tunen die mal jetzt Wieder nochmal kurz auf Und dann lassen wir sie Nochmal fliegen Weil Das war cool Letzte mal Nein Wir tunen die voll auf wieder Aber bloß von der Optik her Das hatte ich bei der letzten auch so gemacht Weil da ist sie geflogen Und hier Ich wundert mich das Dass sie nicht wegfliegt Fahrgestell Razerbody Perfekt Dann kommt Dach noch rein Perfekt Und dann Kant losfliegen Das Ding Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Aber daneben Perfekt So Denn war es das mit dem Video Wir sehen uns dann ein bisschen Tschüss Okay die fliegt auch nicht